hallo staublein welcome das ist jetzt die einarmige welle seitliche welle leute das gibt es auch ja die einarmige seitliche welle wie könnten wir den song vergessen wie könnten da kommt er genau passen das gute ist dein system ja mein system ist nämlich brocken ist der problem ist wenn sie mich jetzt anspricht ich habe was ich spüre was was ist hier los was hier ist es zieht mich nach oben ich kann da nichts für es kontrolliert mich okay wir gehen wieder runter das ist doch ein bisschen oder was mein körper leute kommt vorbei das ist echt gut weil also erstmal töten wir sie eventuell wirklich jetzt alles okay wir können nämlich maximal viel fahren also ich glaube wir müssen auf dem habe ich denn schon so ein ausrufe zeigt dass ich bald droppe oder so noch nicht plus 15 hello darkness my old friend ich glaube ich habe in dieser season noch nie so wie ich lp bekommen vorgast alter vorgast in den chat jetzt kommt wieder der gang gleiche sieht schon kommen alter wobei ich bin ja immerhin immerhin müssen wir positiv sind ich bin ja gar kein geld wert ne mann der server der hat den töd ich jetzt alter nevermind der töd jetzt mach ich dich fetten dummes stück alter jetzt töte sie bitte kick sie oder ihr macht irgendwas mit ihr stöp! ne! 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 ne neix! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet Ja, wir haben schon mal sehr viel Knock-Up. Was sagt der Lee Sin? Lee Sin sagt Acht Games? Okay, es sind nur acht. Aber und davon 37,5% gewonnen. Nice Oh shit Later Bitch! So, schön. Er hat genau gewusst, was geht und ist genommen Dann ja so, renn! Aaaaaaah, brenn, brenn, brenn Das Ding ist, jetzt kommt's drauf an, wer gankt zuerst. Und die Frage ist eigentlich... Na? Ja, so wird immer zuerst gegankt Ist eigentlich... und wahrscheinlich kommt der auch von hinten dann Mittlerweile... Habadi! Könnten halt alle da drin sein, sind sie nicht Ah, falsche Richtung. Ich bin erstmal kurz raus Dann bin ich wieder drin Dann bin ich wieder da Live-Steal! Get me! Get me Live-Steal! Na, jetzt kommt mein Live-Steal richtig zum Triggern Der Trigger-Button ist durchgedrückt Nice Allerdings, ähm... Da komm ich nicht ran, der killt mich vorher Ist ja okay, wir haben viele Kills gemacht Könnte sein, dass der nochmal kommt in der Bombe Und wir haben den Baron abgebrochen Muss man alles sagen Ey, die hat man viel zu spät gesehen, oder nicht? Kannst ja gar nicht drauf reagieren Oder sind meine Reaktionen... Ich muss eben pissen Ob Dart the World ist? Also ich meine, ich könnte ein bisschen stressen Stressen könnte ich Okay, wer meint Ja, aber ganz ehrlich Also ja, ja, ich meine, Kassi hat nicht mehr Ja, doch Ja, okay, vielleicht Ja, doch Kassi ist broken Jetzt hat er... Aber ich wollte gerade sagen, er hat keine Ahnung mehr Hat der Morellos oder so Der kriege ich die ganze Zeit Mahne Leute, wir haben hier ein paar Minions Ich glaube, oh Gott Open Nexus, Leute Open Nexus, Leute Oh no, Kasadin Kasadin Go Oh mein Gott Open Nexus ist halt nicht geil Das Ding ist, die dürfen nicht enden эт Rails mit Nein Ah 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 das kann doch nicht geht kann das sich die kiosk lösen aber die europäische bald die cd die ucd von ihre also reduzieren oder erhöhen ich war das lange oder so nicht was macht die er schreibt jetzt zwischen mei tut am drange we can switch if you want es ist dumm der dachte nicht wirklich ich würde artikel spielen sag mal bin ich schon wieder in bronze 41.000 oder was der glaubt doch nicht wirklich wird twitch artikel spieler gott oh mein gott also ich könnte jetzt gott ich höre mal in mein tors wo sind wir denn hier schon wieder also alleine der drake ist hier ein kompletter raid boss alleine okay das ist das was wenn man ad carry tilt leute das ist typischer ad carry tilt aber ist okay ja man war das war da 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 eine minute werbung so schau grad noch so ich muss das schnell starten hier hier gibt es leider nichts mehr für mich zwei sogar alle jetzt kommt wieder alter guck mal meine cam an leute was passiert hier gerade was passt was passiert hier schon wieder leute mein komplettes gesicht wird hier weggeböllert aber so komplett an unbekannt und ich muss es gleich nach oben kriegen ich habe ja noch ein bisschen flask potion er hat ja auch keine ultime der fiss interessant bitte nicht alter ok napurino napurino leider fehlt mir geld haben wir noch in der auge und jinks und links und Und jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020